Viele Menschen fragen, gibt es überhaupt noch Hoffnung für diese Welt? Gott sagt, meine Kinder, jetzt beginnt etwas Neues. Die Zeit der Wunder, der Zeichen und des Staunens wie niemals zuvor. Ihr werdet meine wirkungsvolle Macht in eurer Mitte erfahren. Dies wird die Zeit unzähliger Zeugnisse für mein Volk sein. Freut euch und jubelt! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!